Yo, Autohacker, na komm, Verbandskasten nehm ich auch mit, und es laggt, so, ich laufe übrigens auch schneller, ich war doch mal so entlangsam vor ein paar Parts, aber halt in der gleichen Aufnahme, deswegen weiß ich das auch noch, oh man, ich will ja auch noch die Fotos, ja, für jemanden besseren als du auf jeden Fall, ja, wie viel hält so einen Sack denn aus, ich traf ja auch nicht wirklich hier, aber, ja komm, hier, hält aber auch was aus ey, hallo das schreit, das schreit nach drastischen Maßnahmen nehm ich dir, Telekinese ach verdammt komm her hoho fetten, den will er haben in seiner Galerie, sonst wird der nicht so einen Aufstand machen oh, mit dem Stuhl geworfen kann man hier denn irgendwo kann ich die Sprachlautstärke, die hätte ich gerne ein bisschen lauter teilweise versteht man die Leute überhaupt nicht, das ist mir auch in den Aufnahmen mal aufgefallen den will er haben, oder? ja du flatterst durch das Fuhr und löscht unterwegs Leben aus du bist keine Motte, du du bist ein Engel ich habe doch nie einen Engel gemalt vielleicht sollte ich es mal jetzt hört man den auf jeden Fall lauter das ist viel besser, tut mir echt leid, dass das vorher nicht so war und ich weiß sogar, wo ich bin, ich brauch die Karte gar nicht, um nach Hause zu finden naja, nach Hause ist gut du mich auch wo muss ich denn hin hier ne hab ich hier schon? ist hier was? ne, doch alles einfrieren und boah, ist er staubig hier ja, ist auch erstmal ist er ein Leck und dann ist er auch sehr viel muss ich ja mal sagen und noch ein Leck wird meine Festplatte etwa zu voll ich hatte doch noch eine paar hundert Gigabyte drauf und das sind die Spitze danke okay, ich guck doch auf die Karte gehst du doch einfach hier her, oder nicht? jetzt bin ich nicht mal verkartet drauf ich würde sagen, hier muss doch irgendwo, hä? hier? ah, okay schon gewundert so, jetzt kann ich auch mal wieder Geld tragen ah, ist das schön und hier müsste der große Raum sein genau hey, Mary warum hast du so ein trauriges Gesicht? ach, ich weiß nicht, Chip ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten sollte die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass die Halt sind die Rapture zusammenhängt? was, wirklich? aber klar Ryan Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen und dabei sind sie so fröhlich wie Fische im klaren Wasser wir alle brauchen Alan und wir alle brauchen die Little Sisters ja so drittes Bild damit hätten wir drei von vieren wieso schaust du so? es gefällt dir nicht, stimmt's? ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen von niemandem du kannst mich mal ihr beschissenen Zweifler ihr kennt mich alle mal damit ihr's wisst ihr alle Entschuldigung fliegt davon, kleine Motte fliegt ich hab Angst wieso scheint der Scheinwerfer auf mich wieso hör ich den Big Daddy? was hat der Kerl auf einmal? ich hab mir jetzt Schlimmeres erwartet wow, hier was hab ich Angst weil man's ganz niedlich tragen kann ich hab's doch grad mit Daddy gehört ich hör ihn immer noch er soll weg gehen ich weiß, dass der hier nicht hinkommt bitte lächeln bin ich sein viertes Foto, oder wie? der Big Daddy macht mir grad ein bisschen Angst ich glaub ich soll sein viertes Foto sein und dafür muss er mich als Leiche haben was bedeutet, er wird mich nicht da war doch grad jemand kriegen die Musik ist aber auch grad irgendwie schön Geschenk schön, dass er das da lässt wo will ich überhaupt hin? ich geh einfach mal ein bisschen irgendwo hin ich werd schon irgendwo rauskommen Vita Champa Champa das waren jetzt zwei Gegner, oder? Explosivschrot Habt ihr nix getan? äh, vielleicht ein bisschen wow boah, alter, wie der ihn schmeißt Entschuldige bitte diesen Wutausbruch du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen die Geburt steht kurz bevor die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum Tränen haben ihr wird lassen klar, kein Problem ihr wolltet mich ja nur umbringen ach, das passiert doch jedem mal Penner Sicherheitsnotschalter wenn man wieder eine Kamera mich sieht oh, nur das Geschenk oh, nur das Geschenk ionischer Schrot, dollar, ionisches Gel tschüss ne, Silas Korb ok, Silas Korb befindet sich ja, ich wollte in dieser Aufnahme noch in diesen Raum deswegen tun wir das auch weil der sieht doch echt sehr stark verdächtig ausschauen haben getan tun ne erst mal Treppe hoch wie viele denn noch ich geh hier rum gesundheit wo willst du hin, Schätzchen? mal zur vierten Viehdingel da und sonst das wäre dann dem Kiel-Eiskunnel wo gehst du hin, Schätzchen? Schätzchen, ich geh jetzt weg tut mir leid nein, mir tut's leid nein, was? wie viele gibt es hier eigentlich? also laut der Karte die Treppe da hoch und dann bin ich da ok nein, bin ich nicht ähm das war wohl ne falsche Treppe aber hier war ich auch noch nicht, glaube ich und sonst verhalten Sie sich vernünftig und versparbar die Treppe